Hallo zusammen, ich begrüße alle Zuschauer zum heutigen Wettervideo. Und seit gestern muss man wirklich Glück haben, um einige Stunden trockene Phasen zu erwischen. Das Wetter ist sehr wechselhaft geworden bei uns in der Region. Ob das jetzt am Wochenende so weitergeht und was uns da in der neuen Woche so bevorsteht, das klären wir jetzt in den nächsten paar Sekunden. Und wir starten wie immer mit den Aussichten für das nun anstehende Wochenende. Am Samstag überwiegen die Wolken am Himmel, woraus immer wieder mal etwas Regen fallen kann. Bei Temperaturen von 4 bis 8 Grad kommt zumindest örtlich die Sonne kurz raus. Der Sonntag zeigt sich mit etwas mehr Sonnenschein. Es bleibt größtenteils trocken bei milden 4 bis 9 Grad. Unsicher ist noch, ob am späten Nachmittag aus Norden leichte Niederschläge durchziehen. Summa summarum sind das doch recht ordentliche Aussichten, auch wenn wir uns von dem sonnigen Wetter nun erst einmal endgültig verabschieden müssen. In der neuen Woche geht das Temperaturniveau in etwa so weiter. Besonders die Nächte werden aber sehr mild mit Tiefstwerten von um 5 Grad plus. Die Sonne wechselt sich mit einigen Wolken ab. Dann kann es auch hin und wieder mal etwas Niederschlag geben. Und zur Wochenmitte könnte dann auch der Wind wieder ein Thema werden. Dann sind sogar Sturmböen nicht ganz ausgeschlossen. Mit diesen Aussichten wünsche ich allen Zuschauern ein wunderschönes Wochenende. Und wir sehen uns dann in der nächsten Woche im nächsten Wettervideo wieder.